Man sagt ja immer so schön, der Fußball schreibt so ein bisschen seine eigenen Geschichten. Ich glaube, da kann man heute, ja das nächste Kapitel kommt dazu. Was es jetzt gegen Dortmund ist, freut uns vor allem, weil es einfach eine richtig gute Mannschaft ist, weil sie Riesenqualität haben und wir einfach gezeigt haben, dass wir mithalten können.